Sonntag ist eine miese Kackwurst. Ich habe jeden Sonntag einen Kater. Wegen dir bin ich pleite und wegen dir ist morgen Montag. Ich hasse dich. Ich stehe jeden Montag aggressiv auf, weil ich weiß, die Woche beginnt und ich versuche, den Wecker zu überhören. So ein scheiß Wecker, Mann! Warum ist Montag? Ich bin montags wie ein Zombie von Walking Dead. Ich bin müde. Ich raste aus, weil dann realisiere ich wieder, es ist Montag. Ich werde langsam wach und ich hasse mein Leben. Mann, Dienstag ist auch ein Scheißtag. Dienstag ist nix Halbes, nix Ganzes. Du bist genauso müde wie Montag und du weißt, Alter, es ist noch lange Zeit, bis Wochenende wieder ist. Mittwoch hast du langsam wieder gute Laune, weil du weißt, wallah, ich habe es bald geschafft. Bald ist wieder Wochenende. Du bereitest deine Gästeliste für Samstag für Boumaier vor. Samstag ist eine fette Party, Alter. Boumaier in Dortmund, Nightrooms. Wir müssen heute schon Gästeliste machen, dass wir 2 Euro Eintritt sparen. Ich bin... Es ist Donnerstag. Du entwickelst dich zu einem Hector, denn du weißt, nur noch einen Tag, dann ist Wochenende. Der Tag vergeht nicht. Du versuchst zu schlafen, aber du kannst nicht einschlafen. Okay, gleich werde ich einschlafen. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich werde gleich einschlafen. Es ist Freitag. Direkt nach der Arbeit rennst du zur Bank, hebst dein ganzes Geld ab, obwohl du gar kein Geld hast und du weißt ganz genau, Sonntag bist du wieder pleite. Du gehst zum Friseur freitags. Du machst dir ein Bart wie Leonidas und den Seitenscheitel des Jahres. Und du machst eine Nasenhaar-Ohrenhaar-Korrektur, damit du keinen Kopf von deinem Mädchen Samstag bekommst. Und du hast einen Clubpumper-Trainingsplan. Freitags wird Brust trainiert, damit du knusprig in deinen V-Ausschnitt aussiehst. Und Samstag wird Bizeps trainiert, damit du schön breit die Mädchen anmachen kannst. Und Samstag geht es los. Du machst dich fertig für die Boumaier-Party. Du guckst in den Spiegel und testest dein Duckface. So machst du die Frauen an. Du zählst dein Geld, was morgen wieder weg ist, aber scheiß drauf, heute wird ausgerastet. Oh meinst, richtig wärmer. Drei, zwei, zwei, eins, hey, hab ich rastet. Und so ist es jede Woche. Ich hasse mein Leben. Leute, was geht ab? Ich bin kommenden Samstag in Dortmund. Nightrooms. Wer von euch kennt Nightrooms, dort bin ich live anzutreffen. Ich werde Beatbox machen. Also für alle Leute, die aus NRW kommen, ich bin kommenden Samstag in Dortmund. Das ist der 20. Okay? Der 20.05. diesen kommenden Samstag. Es wird übertrieben. Krass. Leute, wenn ihr vorbeikommen wollt, in der Beschreibung poste ich den Link von Facebook. Drückt auf Zusage und kommt vorbei. Dort sind alle Infoseiter. Ich werde zerstören in diesem Club. Werde ich so krass Beatbox machen. Ich küsse eure Augen. Ihr seid die besten Supporter. Ich danke euch. Bodyformers wird übertrieben krass zerstören. Wartet ab, was passieren wird.